So, dann wollen wir den Vertrag mal unterschreiben. Unterschrift ist drunter. Ach nee, ich möchte den Vertrag doch nicht. Und jetzt zerreiße ich den. Ist der jetzt schon wirksam gewesen? Das klären wir in diesem Video und wir klären auch in diesem Video, ob Schaffner-Apps legal sind. Da geht es darum, dass gemeldet wird, dass gerade ein Schaffner im Zug ist. Außerdem klären wir noch die spannende Frage, warum es in manchen Gesetzen von Paragraphen gesprochen wird und in manchen Gesetzen von Artikeln geredet wird. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke. Und ich kannte zwar noch diese Vierer-Tickets, die man abstempeln musste. Mittlerweile kaufe ich mir meine Tickets auch per App, aber ich kannte noch nicht diese Schaffner-Apps, die ihr uns hier per E-Mail mal habt prüfen lassen. Da geht es um Apps, Schwarzfahr-Apps wie Schaffner-Radar oder Black Driver. Was machen diese Apps? Die warnen vor aktuellen Bahnkontrollen in Linien und sogar das Aussehen der Kontrolleure wird dort beschrieben. Und ihr fragt euch jetzt, ob man sich strafbar machen kann, wenn man diese Apps nutzt. Und Inga hat uns diese Frage per Mail geschickt und sie sagt, es ist doch auch nicht erlaubt, vor Blitzern zu warnen. Tatsächlich gibt es in Deutschland einige dieser Apps Schaffner-Radar, Black Driver. Die sagen allerdings immer, naja, ihr sollt bitte alle einen gültigen Fahrschein lösen. Ihr müsst selber wissen, was ihr mit dieser App macht, was ihr mit den Informationen macht. Und die Konsequenzen müsst ihr selber tragen. Andere Apps wie Achtung Kontrolle oder Fair-to-Bandit, die gehen da ein bisschen unvorholender vor. Die Ticket-Banditen von Fair-to-Bandit, die sagen sogar, dass man saubere Haltestellen markieren kann. Man hat so eine Meine-Geld-Tasche. Da kann man einen Wettbewerb machen, wer am meisten erspart hat. Also relativ makaber. Unterschiedliche Herangehensweisen der Apps. Manche sagen, er handelt das bloß nicht für illegale Sachen. Und andere sagen wiederum, macht es doch für illegale Sachen. Ihr erspart euch dort etwas. Strafrechtlich muss man sich natürlich fragen, was ist das überhaupt, wenn man schwarz fährt? Nun, Paragraph 265a Strafgesetzbuch, da ist das Erschleichen von Leistungen. Meistens, allerdings wird das Ganze erst zur Anzeige gebracht, wenn ihr mehrfach eine Straftat begangen habt. Und insofern jetzt die Frage, inwiefern kann ich diese Apps nutzen und was ist der Unterschied zu diesen Blitzer-Apps? Also gucken wir uns erstmal diese Blitzer-Apps an. Bei Blitzer-Warnungen ist es so, wenn ihr selber warnt und ein Schild hochhaltet, Achtung, Blitzer, dann sagt das Oberverwaltungsgericht Münster, damit stört ihr quasi die staatlichen Organe. Das wäre schon illegal. Oberlandesgericht in Stuttgart wiederum sagt, nee, das ist erst dann verboten, wenn andere Verkehrsteilnehmer wirklich gefährdet werden. Warnungen, Blitzer-Warnungen im Radio sind sowieso schon erlaubt und ein Radar-Warngerät ist nicht erlaubt und eine Blitzer-App, die der Fahrer hat, ist auch nicht erlaubt. Da habe ich schon mehrere Videos zu gemacht, könnt ihr hier sehen, zum Beispiel ein Video zu den Blitzer-Apps. Aber viel spannender ist ja jetzt die Frage, kann man das ganze Thema Blitzer-Apps auch auf die Verkehrsbetriebe übertragen? Da hat euch ja übrigens mal super mein Video gefallen. Darf ich mit einem Schild, ich fahre schwarz, schwarz fahren? Habe ich auch nochmal hier verlegt. Darf ich mit einem Schild, ich fahre schwarz, schwarz fahren? Ich sage es jetzt hier erstmal nicht. Aber die Verkehrsbetriebe, also die sind privat organisiert und die sagen in ihren Verträgen, wenn ihr nicht zahlt, dann müsst ihr eben ein erhöhtes Beförderungsentgelt zahlen, sofern ihr erwischt werdet. Das heißt, die müssen euch erwischen, damit sie überhaupt erst dieses Beförderungsentgelt durchsetzen können. Ist ja klar. Und ehrlicherweise wüsste ich jetzt nicht, warum das strafbar sein könnte, wenn man euch sagt, dass da ein Schaffner kommt. Denn eigentlich wird damit erst verhindert, dass ihr nicht zahlt. Ihr zahlt dann ja. Das heißt also, ein Erschleichen von Leistung wird dadurch nicht gefördert, sondern eigentlich verhindert. Denn in dem Moment, wo ein Schaffner kommt, zahlt ihr ja auch. Aber man könnte natürlich auch sagen, naja gut, aber dadurch, dass die Leute in Sicherheit wiegen, vermeintlicher Sicherheit, ich weiß nicht, wie komplett solche Apps sind, zahlen sie nicht. Aber da sage ich mal, das kann man so eine App meines Erachtens nicht anlasten. Diesbezüglich nicht strafbar, auch nicht das Melden eines Schaffners. Das Einzige, was ich mir überlegt hatte, war, wenn ihr die Kontrolleure fotografiert, dann können die natürlich eine Persönlichkeitsrechtsverletzung Geld machen. Das würde sich dann auf den einzelnen Kontrolleur beziehen. Was möglich wäre, wenn Aufrufe zu Schwarzfahrten dort in den Apps gemacht werden, dann kann man natürlich auch argumentieren, seitens der Verkehrsbetriebe, ihr schadet hier maßgeblich unserem Betrieb. Und deswegen ist das Ganze eine illegale Veranstaltung, weil der Gewarnte kauft sich kein Ticket mehr. Das war die Argumentation, die ich gerade auch so im Kopf hatte. Und damit ist es ein Wettbewerbsverstoß. Also da könnte man allerdings dann nur gegen die App-Betreiber selbst vorgehen. Ist mir aber auch noch nichts bekannt. Ich glaube, dass die Verkehrsbetriebe sich sagen, naja, den Leuten wird dann zumindest bewusst, dass sie ja eigentlich zahlen müssen. Aber zur Frage, interessante Frage, ich kannte die Apps sogar noch gar nicht. Giacomo S. fragt per E-Mail, vielleicht eine dumme Frage für Juristen, doch warum heißt es in manchen Gesetzen Artikel und in manchen Paragraf? Das habe ich noch nie verstanden. Und ich habe mir dazu vor dieser Frage noch nie Gedanken gemacht. Mag man kaum glauben, man macht ja jahrzehntelang Jura, hat sich die Frage aber noch nicht gestellt. Im Studium lernt man das auch nicht. Wir haben nachgeschaut und gesehen, dass es nichts zu sehen gibt. Es gibt keinen plausiblen Grund, warum manche Paragrafen Paragrafen heißen und Artikel Artikel heißen. Das ist ziemlich historisch so gewachsen. Es ist allerdings so ein bisschen jetzt so, dass man sagen kann, dass wir international fast überall den Begriff Artikel finden. Und in Deutschland haben wir den Artikel ja auch im Grundgesetz geregelt. Bei völkerrechtlichen Verträgen haben wir den Artikel. Im öffentlichen Recht, wo das Grundgesetz ja drunter fällt, auch häufiger. Und bei europäischen Rechtsakten, das sind auch meistens Artikel. In normalen Gesetzen, wie dem bürgerlichen Gesetzbuch oder im Strafgesetzbuch werden dann eben zumindest in Deutschland meistens Paragrafen zu finden sein. Was noch interessant ist, in Bayern, da gibt es also natürlich alles klar geregelt. Nochmal besonders, da ist es so, dass formelle Gesetze, Gesetze, die vom Landesgesetzgeber erlassen worden sind, Artikel heißen. Die jeweiligen Abschnitte und Rechtsvorschriften, da werden die Abschnitte in Paragrafen benannt. Speziell in Deutschland gibt es auch noch Gesetze, die andere Gesetze ändern. Da ist es so, dass die Artikelgesetze genannt werden. Also Artikel 1 dieses Gesetzes ändert das bürgerliche Gesetzbuch, Paragraf 305. Da hat man sozusagen einen Artikel und dieser Artikel ändert einen Paragrafen im bürgerlichen Gesetzbuch. Das sind dann diese Artikel, häufig Artikelgesetze. Das ist der Unterschied zwischen Artikeln und Paragrafen. Kannte ich aber auch nicht. Insofern auf keinen Fall eine dumme Frage, Giacomo. Noch eine Frage habe ich am schönen Sonntag heute. Die kommt von Domme auf Discord. Sie fragt, darf ich, wenn ich einen schriftlichen Vertrag unterschreibe, diesen noch zerreißen, solange ich ihn noch nicht aus den Händen gegeben habe? Oder ist der Vertrag gültig, sobald der Stift abgehoben wurde? Jetzt kommt die super duper Jura-Antwort, die man immer gibt. Das kommt darauf an. Das kommt darauf an, was vereinbart ist. Zum Beispiel möchtest du etwa ein Haus kaufen. Ach Quatsch. Meinetwegen ein Handy kaufen von jemand anderem. Dann formulierst du schon, ich möchte von Max Müller das Handy kaufen. Ihr habt euch aber noch nie gesehen, nichts geeinigt und du zerreißt das Ganze wieder. Man hat ja diese Willenserklärung nie erhalten und ist gar kein Kauf zustande gekommen. Dann gibt es die Möglichkeit, Max Müller und du, ihr habt euch schon über den Handykauf geeinigt und solltet es jetzt im Vertrag unterzeichnen. Ihr habt euch geeinigt und dann zerreißt du den Vertrag wieder. Dann kann man sagen, der Vertrag diente nur Beweiszwecken. Dein Zerreißen nutzt gar nichts. Max Müller kann dann den Vertrag aufsammeln. Der Vertrag ist sogar schon mündlich geschlossen worden und dann kann er das einklagen, wenn du ihm zum Beispiel das Handy nicht bezahlen willst. Dann gibt es noch Verträge, die müssen zwingend schriftlich geschlossen werden. Zum Beispiel Mietverträge über ein Jahr Laufzeit, einseitige Rechtsgeschäfte, wie zum Beispiel eine Kündigung eines Miet- oder Arbeitsverhältnisses oder eine Bürgschaft. Da ist also wichtig, dass man eine eigenhändige Unterschrift beider Parteien hat. Und wenn es da so ist, du hast das Dokument, hast du unterschrieben und zerreißt es wieder, man hat also keine eigene Handy-Unterschrift, dann liegt eben auch keine Schriftform vor. Es gibt allerdings noch eine Ausnahme wiederum zu Verträgen. Ganz wichtig, ihr schließt den Vertrag. Beide unterzeichnen das bei sich und übergeben dem anderen jeweils das Exemplar mit dessen Unterschrift, sodass ich immer das vom Gegner habe. Dann kann auch ein Vertrag unterzeichnet geschlossen werden. Also auch da wiederum gibt es Möglichkeiten. Der BGH hat 2018 zu einem Mietvertrag mal beurteilt, dass es nicht nötig sei, wenn die Partei das eigene Dokument dem anderen zugeht, es ist ausreichend, es bei sich zu unterschreiben. Wenn die andere Partei dasselbe Dokument bei sich auch ausdruckt und unterschreibt, wäre der Vertrag dann also schon mit der Unterschrift des anderen selbst gültig. Aber ihr müsst euch natürlich vorher über alles geeinigt haben. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Nur weil ihr jetzt der Meinung seid, ich schließe jetzt mal einen Mietvertrag, unterzeichne den der andere, weiß noch gar nichts von euch, ist natürlich noch kein Vertrag zustande gekommen. Also in der Regel, wenn die Frage darauf abzielte, was ist eigentlich, wenn ich jetzt einen Vertrag in den Händen halte, ich unterzeichne den und schicke den nie ab, ist auch kein Vertrag zustande gekommen. Sagen wir mal, ihr könntet im Supermarkt irgendwelche Verträge für eine Lotterie zum Beispiel mitnehmen, ihr füllt den aus, dann ist aber auf alle Fälle noch kein Vertrag zustande gekommen. Anders sieht es aus, wenn ihr schon einen Vertrag unterzeichnet habt und dann entsprechend das Ganze nur noch bestätigen wolltet, dann dient das Ganze nur Beweiszwecken. Beweiszwecken könnte es auch dienen, wenn ihr ein Abo auf diesem Kanal abschließt. Das fände ich jedenfalls super duper gut. Und wir sind ja auch morgen bei euch wieder da. Wir planen die 500.000 noch in diesem Jahr zu knacken. 500.000 Abos, das wäre also cool, sollte das machbar sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder mit dabei seid. Es gibt noch viele interessante Infos hier auf diesem Kanal. Solltet ihr eine Rechtsfrage haben, schickt uns eine E-Mail oder ruft uns an. Die Kontaktdaten sind prominent in diesem kleinen Abschnitt eingeblendet. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Sonntag. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Tschüss und bis dahin. Tschüss und bis dahin.